so party people herzlich willkommen zu einem neuen video heute star citizen und ihr könnt im hintergrund irgendetwas naja heute mal eine kleine trading runde einfach so weil es geil ist wir sind gerade auf port olisar gespawnt und ich würde sagen ich probiere jetzt meine routen aus wo ich mir die kopf wieder stockte auch wieder ist nicht nett, ist nicht nett habe ich zu schiessen aufgehört das ist doch schon mal viel wert hey buddy so mal schauen wir holen die cat raus und fliegen mit den cat muss ich da schnell schauen area mining corp 156 glaube ich schnell schauen aber zuerst gehen wir jetzt mal ist schief hangar 0 schiessen hat aufgehört das sind wieder recht so geile uren die uren scheiss idioten die dich vom pad rammen mit ihren uren scheiss nichts besseres zu tun haben mann als wahhhhhh grusige leute noch irgendetwas schiesst noch irgendetwas ist los da hausse mann frage ich nur was aber ich glaube unser caterpillar tut das nicht so viel da zu leiden ja schau die tendern nen care rack hm hübsches ding aber wir haben da auch ein hübsches ding und da ist noch ein mole machst du da einfach ein wenig schweben und so fragen wir was da schiesst keine ahnung egal steigen wir mal ein und fliegen nach jela immer rum da gut immer aufpassen da immer aufpassen dass keiner mit einsteigt das wäre schon noch scheisse so also natürlich falsch wie jedes mal oder oder so hübsch setz tisch ok ok also erstmal schauen ähm und zwar ist das glaube ich in jela da war genau 157 nice fliegen wir mal da und schauen ob wir irgendetwas hübsches einkaufen können dort ein wenig gas oder so easy peasy so also so was ist da pop timey action 890 charm ok oh ja mal hier ich denke kein uhrer schiff aus der kolte so wie es ausgesehen spooling spooling los bye bye nice ist ja zum glück nur ein kurzer flug so ok so rauf sogar im tag da ist ja mal ganz etwas neues sonst egal wo du hinfliegst ist es immer dunkel hehehe quantum drive is now on neiii es ist dunkel eeeh glück ich gehe gerade noch so auf der grenze wäre es wieder typisch gewesen um den planeten dummer und dunkel hehehe oh shit 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 so klopfen wir mal nach vorne und dann schnell da die mobiglas das noch mal aktivieren nein so ich zeige jetzt an wo wir durch müssen ich habe jetzt ein bisschen Gas geben können wir schon noch dann müssen wir das mal anspoolen 17 km ok öh irgendjemand ist hier am minen jetzt ist gerade so ein Mininglaser wo wieder ein bisschen runter bremsen da sonst kommen wir den Feld schnell die Frage ist nur wer ist da am minen ne ich sehe niemand so jetzt müssten wir eigentlich schon fast am Ziel angekommen sein ein bisschen da durch da ja ja dort vorne sehen wir es ja schon wunderhübsch wunderhübsch wenn wir Gas geben hier sonst wird das nie etwas ich habe irgendwie das Gefühl ich bin aus dem falschen Ort geflogen aber wir werden sehen so raus ja das ist glaube ich falsch ja nicht ganz sicher aber ich glaube das ist falsch so so dann müssen wir mal das Land machen da hey das täuscht schon mit der Carack äh Caterpillar da ist das einfach schon verdammt lang Passt mir nicht, da müssen wir füllen, was ist denn? Gut. Tor abstellen, aussteigen und dann schauen wir mal was es da so gibt. Ich habe das Gefühl ich bin auf einen falschen Ort hergeflogen. Aber wir werden sehen. Nur nicht einmal raus und schon nass die Scheibe ist das nicht schön. Zieh hoch. Nice. So. Blinkt es rot, können wir doch mal schauen. Chat könnten wir eigentlich wieder ausschalten, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Storage, schön. Open your door, bitch. Hey Brudi. Was geht? So, was haben wir da schönes? Bye. Caterpillar. Ah, ich bin doch richtig. Zu schön. Ja, dann würde ich sagen, wie viel hat es denn von dem da? Drei Essen aus, weil es lohnt sich ja nicht einmal. Chlorin mitnehmen, das ist jetzt eine gute Frage. Gute Frage. Ich muss schnell schauen, hier in meiner Superliste. Flurin, Flurin. 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 So, sehr schön. Ähm. Gut. Und mit diesen 100.000 fliegen wir jetzt nach Lorville. Lorville, Lorville. Dort verticken wir das. Und dann kaufen wir uns... Ja, wo läuft der Stossdämpfer drauf, Mann? Dann kaufen wir uns für das Geld... Oder ja, besser gesagt einfach so. Ui, keine Atmosphäre, schön. Kaufen wir uns Scrap und fliegen mit dem Scrap wieder retour zu Port Olisar. Das ist eigentlich mein Plan heute. Mal schauen, ob das aufgeht. Wie kann ich das nochmal? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Setz dich hin, Brudy. Jo, das war alles. Jo. Ja, ja, alles im Griff. Alles im Griff. So, während wir hier ein wenig wegfliegen. Wir wollen schnell schauen. Und zwar möchte ich nach Hurston. Lorville. Nice. So. Richtig die Sonne hinein, natürlich. Bam. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich dort bin. So, um die 200'000 km sind wir auch schon in Hurston. Kann sich also nur noch um die Woche handeln? Nein, Spass. Was? So. Boom. Und wo haben wir unsere Siri? Hier ist unsere Siri. Hier ist unsere Siri. Da kommt doch doch runter. Cool, Mann. So, ich hoffe jetzt auch das Schiff fliegt um die Planete und nicht in die Planete hinein. Wäre nicht zum ersten Mal. So. So. Ist schon am Rücken und am Zucken. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Yay, und es ist dunkel. Gut. Herzlich willkommen in Lorville. Das Schöne ist, es ist einfach so weit, man sieht einfach gar nichts. Aber wir sind hinter dem. Teil. Würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen so. In diese Richtung. Nice. Wenn du so schaust, einfach nichts. Einfach nichts. Einfach nichts. Mal schauen, ob sich das lohnt mit dem Gassi. Wir haben ja das Trading verändert. Irgendwie seit der 3.8. Ist es nicht mehr so krass mit den Gewinnen. Also, bis jetzt. Ausser du hast richtig, richtig. Ja gut. Nicht einmal dann. Du kannst nicht einmal mit. Laranit und dem ganzen Scheiss. Wie früher hast du richtig Cash machen können. Ist jetzt auch noch etwa 15%. Also sie haben das recht heftig angepasst. Ist ja auf die eine Art auch richtig so. Weil im echten Leben machst du beim Trading auch nicht mehr Gewinnen als 20%. Meistens. Wenn überhaupt. Und ja. Es sollte ja mehr oder weniger realistisch bleiben. Was man da muss vergleichen ist das Mining. Im Vergleich zum Trading. Weil das Mining. Erstens hast du kein Risiko. Super Sache. Zweitens. Haben sie ja die Steine ein wenig angepasst. Also ein wenig mehr wertvoller Scheiss drin sein. Plus. Dass es überhaupt mehr Steine hat. Also müssten wir das eigentlich fast einmal ausprobieren. Und vergleichen. Vielleicht lohnt sich das ja mehr. Wer weiss. Aber jetzt. Zuerst landen. 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 Und dann sollte das passen. Kontakt. Kontakt. Fakt. Tch. Weiter und breit niemand. So. So. Anfordern. Woher sind alle Peoples? Was ist jetzt? Hat er nichts gesagt? Ist es gut oder nicht? Ich glaube es kann man sehen. Also in diesem Fall haben wir unsere Erlaubnis. Jetzt müssen wir nur noch schauen wo. Hier unten. Nice. Ich hoffe so fest in der 3.9, dass sie die gesperrten Zone oder den Autopilot etwas verändern. Das ist richtig dämlich. Nämlich, dass man so steil hier ins Züge fliegen muss, weil man sonst einfach vom Autopilot weggeschoben wird. Below. Jetzt schon. Das meine ich. Das meine ich. Das ist so dämlich. So. Das müsste ja jetzt irgendwo unter uns sein, oder? Gehen wir da. So funktioniert das. Kriminelle Landung. Kriminelle Landung. Kriminelle Landung. Kriminelle Landung. Kriminelle Landung. Kriminelle Landung. Vielleicht noch die Beine ausfahren. So. Würde ich doch sagen wunderschön gelandet. Also wunderschön. Kriminelle Landung. Dann gehen wir raus da. Wenn mal einer draus kommt. Wie man sich merken kann welcher Hangar wo ist. Ich kann das gerne in die Kommentare schreiben. Weil es macht absolut keinen Sinn. Hier ist es 5. Dort ist es 3. Dort oben hat es noch die Zahlen. Hier vorne hat es die Zahlen. Hier das 1. Hier unten. Hangar 5. Aber. Die Zahlen sind meistens bei allen überall gleich. Und von dem her nützt das genau ein Scheiss. Und man weiss schlussendlich gleich nicht wo das Schiff ist. Und wie ihr seht hat es ja zum Glück noch ein Hangar. Absolut kein Problem. Wenn wir jetzt genug schnell sind. Dann wird unser Schiff nicht eingeparkt. Und ja. Dann ist scheisse. Weil dann geht das grosse Suchen los. Aber wir gehen jetzt einfach nicht davon aus. So. Hey Wache. Alles fit. Hey. Ciao. Hey. Yo. Alles klar. Nice Bro. So. Dann haben wir den Zug. Und wir müssen den. CBD Zug. Ja. Ja. Nein. Du Drecksack. Ah. Jetzt können wir gleich noch etwas ausprobieren, wenn wir schon hier sind. Oh, er hat noch die Teuten. Ah, Killer! Mal schauen, ob das eigentlich funktioniert. Den Helm, den Armour, Helm, weg. So, und jetzt safe. Das funktioniert sogar. Ah, geil. Die Tüte ist so dämlich, die ist einfach schon wieder geil. Ah, sieht schon aus. Aha! Legendär. Oh, shit. Ich glaube, ich lege es wieder an, sonst verhänge es sowieso. Ich muss mir die Huren teuten. Warte mal. Torso weg. Arm. Weg. Leg. Weg. Undersuit. Weg. Clothing. Hat. Haben wir da noch? Nein. Weg. Glaze. Gut. Weg. Dann save. Und jetzt wieder Undersuit anlegen. Hier. Armor. Hier hat er die Hälfte. Ja, das hat er ja schon selber angelegt. gut. Ja, so ist auch gut. Perfekt. 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 Aber flutscht. Nice. Und wir sind auch gerade am Ziel. Das ist doch auch mal geil. Perfekt. Dann gehörst du auch noch dort in 5km entfernt. Komm. Mach auf. Brudi. Brudi. Hey. Gut. Wir sind schon alle hier oben stehen. Bewachen. Und so. Hm. Viel zu viel Wachen hier in Lorville. Viel zu viel Wachen. Viel zu viel Wachen. Dass die nicht einfach können. Nicht im Kreis fliegen und darüber lachen. Sondern, dass die wirklich Angst haben. Vor diesen Stationen. Das wäre richtig geil. Aber. Ja. Momentan ist es halt ein bisschen anders. So. Was läuft. Ah. Also. Cell. Location. Caterpillar. Fluorine. 126. Da haben wir jetzt 26'000 Wunden gemacht. Gar nicht so schlecht. Nehmen wir. Baboom. Gut. Dann. Bye. Cellux Location. Caterpillar. Scrap. Und. Füllen. Gut. Danke. Und einen schönen. Einmal schnell schauen. Ob es auch wirklich funktioniert hat. Fargo Space. Null. Perfekt. So. Also. Dann können wir eigentlich wieder zurücklaufen. In den Zug einsteigen. Und. Weiter fahren. 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 Wenn ihr irgendeine Frage habt. Zu Star Series. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Sonst. Gebt mir ein Like. Wenn ihr es auch liked. Und wenn nicht. Dann gebe ich trotzdem eins. Schöne. 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 Nice! Einsteigen! Jaaaa... Vier Sekunden! Gut, gut, das schaffen wir! Jetzt fliegen wir zurück ins Porto Alizar, gehen dort das Grab verkaufen. Und dann schauen wir mal, was so eine Runde gebracht hat. Ich schätze mal mit knapp 60'000. Das Grab bringt auch etwa 30'000 jetzt an, wenn alles noch so ist wie immer. Und ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann kann ich den Helm wieder anlegen, sonst vergesse ich das auf Porto Alizar, weil dort brauche ich ihn. Hier können wir ja atmen, aber dort nicht. Welcher war das? Welcher war das? Der Calico. Ist er gespeichert? Jetzt ist er gespeichert. Gut. Jetzt spawnt er eigentlich gerade unser Schiff weg. Gut, das wäre eigentlich das Beste, was passieren könnte. Dann können wir es neu spawnen und wissen, welchen Hangar es steht. Jetzt ist es einfach ein Suchen. Es ist einfach schon hübsch ein saure Game. Einfach schon hübsch. Ich weiss nicht, ob ich einen schlechten Surfer erwischt habe oder warum das ab und zu stockt und macht und tut. Die Frames sind eigentlich nicht so scheisse. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es läuft nicht so geil. Es läuft okay, völlig spielbar, aber es könnte also besser sein. Die Sektenversammlung ist auch noch oben. Das ist nice, das ist nice. Das Schiff ist auch noch dort. Ich probiere jetzt einfach mal Hangar 5. Mal schauen. Hm. Jetzt stimmt das in dem Fall. Hä? Das staut mich jetzt schon fast. Ey, aber jetzt nicht im Ernst. Es ist weggespawnt. Alter, willst du mich ficken? Aha, fahren wir halt nochmal zurück, gell? Tierprobleme immer. Der hätte jetzt ruhig noch in Minuten warten dürfen. Also... Heieiei. Ist nicht nett. Ist also gar nicht nett. So. So. More will. Retrieve. Und gar 5. Danke. Dort wären wir jetzt gerade gewesen. So. Jetzt aber. Ja, das passt. Das ist ein Schnittweckspawn. So, jetzt probieren wir das nochmal. Svar. Das ist ja richtig geil, das geht ja wirklich. Die Kollegen haben mir letztens gesagt, dass man das auch gar nicht im Schiff, dass man das vor dem Schiff oder so machen kann. Und dann ist nämlich die langsam Klappe offen, bis man im Schiff sitzt und kann einfach reinsetzen und starten. Immer rum, sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir doch wieder ein hier. Perfekt. Und oben ist offen. Das ist ja richtig nice. Wenn man da einfach, zack, die Füsse einfahren und starten. Das ist ja richtig nice. Ich hoffe, wir haben Benzin. Und jetzt natürlich nicht geschaut, gell? Und sehr wahrscheinlich wird jetzt das unser. Yo, what the f- Der Autopilot, Mann. Da gehe ich einfach in ein Loch. Was ist jetzt das? Was hat jetzt das solle bringen, Mann? Hä? Was ist jetzt das gewesen? Alter, ich kann nur wegfliegen von da, Mann. Chill doch, ich kann das Leben. Ich kann nicht meine volle Caterpillar crashen, ey. Gosh. Ah, 7000, schön, dass es wenigstens reicht. Dann fliegen wir zurück zum Kameray. Und da ist ja dann... Der Dings ist verbockt. Man kann nicht direkt auf Port Olisar fliegen. Man muss ein wenig Umweg fliegen. Aber ja, wir werden ja das noch schaffen. Bye-bye, Lorville. Schön gewesen. Ey, aber straight gerade hoch, hä? Richtig nice. 10.000... 10.000... 10.000 hoch. 10.000 hoch. Tipptopp. Bremsen wir mal da unten... Und jetzt äh... Das ist schön. Das ist richtig schön. Machen wir das halt nochmal. Und zwar so. Perfekt. Den ersten OM-Punkt anfliegen. 942 Kilometer. Gar kein Problem. Wenn er dann starten würde. Rudy! Nein! Also, das weg. Jetzt geht's komischerweise. Es ist schon sehr schräg manchmal. Die Kette ist jetzt auf. Ah. 31 Millionen Kilometer. Gar kein Problem für unsere Kette. Und... Let's go! Quantum Drive is now on. Und wir sehen uns, wenn wir dort sind. Bis gerade. So. Und in 200.000 Kilometern sind wir beim Crusader. Nice. Gleich haben wir's geschafft. Und dann müssen wir halt wieder umwegfliegen. Über einen Comaray. Weil... Ja, eben... Das Ganze da ein wenig verpackt ist. Weil der OM-Punkt ist irgendwie 3000... Äh... 30.000 Kilometer von da weg. Quantum Drive is now off. Macht nicht sonderlich viel Sinn. Ähm... Ich markiere jetzt da schnell... diese... machen diese... dann so... Dann kannst du noch ein wenig in die Richtung fliegen. Quantum Drive is now on. So. Ausschalten. Dann wird das Üerchen für den Pack. Und... Porto Alizar. So. 16.000 Kilometer. Kein Problem. Perfekt. Quantum Drive is now on. Gleich haben wir Cash, 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 Cash. Nice. Quantum Drive is now off. Da unten sind dann wieder alle Pads. Oh, oh. Sollte da den richtigen Knopf drücken, gell? So. Noch einmal. Mal anfunken. Was? Schon. Sollte vielleicht noch der Autopilot reinhauen. Das kommen wir nie an. Sehr schön. Das sind sogar das Pad, das ich gehofft habe. Nein, du, die du jetzt gerade gestartet bist. Schau. Passt dich einfach auf. auf. So. Das ist ein Prospector. Schauen wir mal, ob wir hier tanken können, bevor wir landen. Natürlich nicht. Jetzt noch mal probieren. Wir haben noch nicht. Ja dann. So. Macht er mit seiner Verfickten. Einfach nicht wegrammen, Brody. Schnell, schnell raus. Und wieder hoch. Das sieht fast so aus, als könnte ich fliegen. Ich weiss jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ja. Einfach schnell, schnell, schnell das Zeug verkaufen. So. So. Babup. Okay. Sehr gut. Los, 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 los. Sell Caterpillar Scrap für 104.000. Wie viel haben wir gezahlt? 76. Ja. 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 Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. im nächsten Video vielleicht ein Mining Video mal schauen bis dann, ciao